Ich glaube, es ist wichtig, um uns zu verhindern, um uns zu verhindern, um uns zu verhindern. Was ist los mit dir? Keine Ahnung Also Aikido Aikido Ich habe schon ein Witziges gelesen, Oli Was denn? Ja, ähm Ich bin ein Switch-Neme, das neue Ich bin ein Neil-Neme War lustig Fucking ein Neil Ich möchte euch daran erinnern, genau, es war, es war, ähm, things, ähm My name is Abdul, ein Neil Äh, der Ice-Lam is cool Don't be a fool, I love you school Oh, kurzer Oh, wie, was? Wenn wir jetzt runterspringen, dann können wir die Platter skippen Voll, das gefällt dem Gott im Brat doch gar nicht Weg, laufen wir durch, checkern wir Oli, okay Loll Ja, warte mal, warte mal, einfach laufen, nicht freilassen Ja, soll ich immer noch weiterlaufen oder nicht? Nein, nein Ja, das ist ja Oh, ich kann da nicht mehr so viel machen gerade, jetzt geht's wieder Kommt der jetzt mal wieder mal? Ja, das ist ja gar nicht mehr Kommt der jetzt auch hier immer? Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Das ist ja nur hier Wurkommen Das ist ja auch wie, geht's? Wurkommen Bleh! 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 Ja, die kann nicht schwer auseinander tanken. Einziger tanken. Und in diesen Shit reinlaufen, wenn der Bildschirm so dumm leuchtet. Welche Alte soll ich kicken? Welche macht mehr Deutsch? Keine Ahnung, ich kicke die Rechte. Kalli, Kalli. Ja, welche hab ich gekickt? Oh, die ist nicht da drin stehen. Ich kicke die Rechte. Also, ich kicke die Rechte. Ja. Fick die Scheiße. Geh ich in den Shizzle rein? Ja, jetzt in den Shizzle. Oh oh. War gar nicht zufrieden, dass es geklappt hat, ich glaub schon. Also, ich hab null damage bekommen. Ja. War der Bacher nicht da? Nein, du bist ja in der Luft. Du musst ja in der Luft sein. Ja, okay. Einfach dann, wirst du fast durch ist. Ja. 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 So, wieder zu. Aber du will. Okay, okay. Okay, warte mal. Lauf doch weiter, lauf doch weiter! Ja, warte mal. Ne, egal. Macht eh keinen Unterschied, so ist es sogar schneller, wenn ich mit Trash mache. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, oh nice. Da ist die Kunde. Recht. Wow, ich kann da nichts machen, weil das ist immer so schnell. So. Da ist noch rechts einer, aber ja, warte mal, ich komme vorbei. Der ist immer da, oder nicht? Ich dachte, den machen wir immer. Okay. Machen wir die Cut. Also, okay. Ich habe hier noch eine. Ich habe hier noch nicht gefixt. Komm mal sehen. Sollte zu addons hier, Aldi. Echt? Mhm. Der hat mehr da dumm. Das ist einfach nur. Oh nein, jetzt. Du kannst halt in diesem addon, lol. Hast du alle, ob es die Insights sind in so einem Frame, und du kannst dann einfach durchtabben. Also alle die Entscheid sind halt nur. Krasse. Ja zum Beispiel hab ich jetzt hier ne Muck, der gar nicht in Ranges macht, vor der FG. Der ist halt dumm. Wollte die Idee. Ja, ja gut. Mach mal den anderen Servant. Ja, ja. Ich weiß, ob das noch eine gute Idee ist, aber das ist noch. Okay, das ist noch. Oh, ich hab Slow Shot, Achtung nicht. Komm vor, komm vor. Oli, weg, Oli, weg, Oli, weg, Oli, weg. Sorry, dass ich dich gezogen habe, aber... Ja, gut, ich hab eine Bubble um. Aber du hast halt dann wieder Abo, haste, ne? Ja. Du bist nicht in Range? Hat irgendein Raum rein, keine Ahnung. Ja, das sind doch 20 Meter zum Laufen, weil ich halt nichts kasten kann in der Zeit. Nein, ich hatte 8 Sekunden Bubble. Keine Ahnung. Dann weiß ich doch nicht, ob du Bubble hast, oder nein? Kannst du dir sagen? Warte, Bitches. Das ist viel zu nett. Ich sterbe, ne? Ich sterbe. Komm, ich fressen einfach. Komm her. Machen wir schon weiter mit mir. Geht's jetzt noch, wenn du gestorben bist? Ja, ja, ja. Okay. Okay. You can do that right now. Wieso? Weil ich hinter der Pillar bin. Hier ist ein Infight. Noch Death, noch Death, Death. Ich bin nicht Infight. Da kannst du kein Maschatz machen, Maschine, rechts. Jetzt kannst du Maschatz machen. Ja, Full Resurrection geht komischerweise. Ja, beim Maschatz geht nur Dinge. Geh ich eigentlich hier in der Wand, oder so? Hast du dich im Joti? F***ing Mathe. Ach, die gekickt. In der Mitte. Ach du, da ist ein Add. Hm. Ah, das läuft gleich, okay. Ja, wer ist noch achten? Nein, das ist chillig. Fickst du mich eigentlich? Hm? Ja, nicht du. Olli? Äh, ne, aber kann ich. Klar, ich dachte du bist. Zick, du musst mich ficken. Ich kann schon tricksen. Mach ich. F***ing Damage. Ne, ist noch kein Damage mehr. Was? Was? Ja, okay. Oh, oh. Kacklobby übernommen. Ja, kackt ist übernommen. Ich bleib den, ich bleib den. Okay, ist eh. Aber ich stehe mittendrin noch mal. Aber ich kann ihn nicht halten, passt da. Ja, Jackl ist was. Jetzt hat ihm ja Anerzrot angezeigt. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Bei den Tendern war wieder so ein bisschen super arm. Ja, ja. Alter, wow, wow. Hello. Oh, jetzt ist mir die Bombe hochgegangen. Oh scheiße. Glaubst du das? Reicht's glauben? Nein. Okay. Oh, was war es vergessen zu sagen? Weil du Tobi weggepumpt hast. Wow, ich dachte. Tobi kann das ab. Ja, ja. Ich bin auf die Hütte abgezogen. Krass, du weißt noch? Kannst du weißt noch? Lass den, lass den, lass den. Lass den, lass den, lass den. Längst die wird noch mein Control, ne? Nein. Achso. Äh, nicht mein Control. Manabell, jaja. Okay, alles klar. Lass die runterkommen einfach. Ero kommt. Ero kommt. Ah ja, chill. Ich zieh dir's nicht hoch. Alles klar. Ja, klar. Mach weiter. Geh'st du? Geh'n raus, g'n raus. Mach trotzdem weiter. Oder? Weißt du was? Ich hab'n noch näher'n Held. Ja, dann, komm, 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 komm. Alle down. Wollen wir nicht alles helfen? Das für mich, das für mich, das für mich. Portenweiß. Bis. Und, noch'n Hotra fertig. Stopp'n rein. Ja, ein Krieger. Die Ohren sind noch dicht, oder? Ja, wer weiß, dass wir keine Heller werden? Fuck, man, auf mir wär'n besten gewesen. Chill' dir mal, chill' dir mal. Ich hab' noch einen Airlines. Ja, ich kann's schaffen, ja. Hast du noch Bubble? Ja, hab' ich auch noch ready, aber ich... Airlines, wo ich war. Das Problem ist jetzt das Ding, ja, da. Ja, vor allem. Okay, das wär'n. Fuck, man, dass ich die ganze Zeit find' das bin. Mach' ich gut eins weg. Inherz? Oh, wir werden den zwei... Oh, ich kenn' ja nicht pop'n, ne? Doch, ich kenn' dich jetzt pop'n, deswegen jede mit. So. Oh, pass' doch jetzt, nice. Greif ihn bei der Pussy, greif ihn bei der Pussy. Oh, nice. Greif ihn bei der Muschi. Der Schlüssel ist nicht geschnitten. Okay. Ja, ich muss reizen. Alles, und weiter zur Spinn. Go. Weiter, Marsch, Marsch. Marsch, Marsch. Okay. Oh, das ist auch egal, weil... Xenobl, wer spuft, das kannst du voll auf Japanisch anstellen, ne? Fuck, ne Katze. Kann man das finden? Ja, voll. Die Sprache hab' ich ja auf Japanisch gestellt. Vielleicht hab' ich auch. Und nicht übers Netz gelaufen, ja. Komma... Geht einfach weg, geht einfach weg. Hast du gleich... Oh Gott. Ist dann mal reintrunken, gleich. Nicht davor stehen, nicht davor stehen. Wer ist denn die wie ich? Wasser, 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 Wasser. Fokus, die Creme, fokus, die Creme. Fokus, die Creme, fokus, die Creme. Erstens, die Beine. Mein Hund... Oh, schau. Nein, 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 schau, 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 jetzt mal. Heute zerlesen. Ja, meine Mom steht voll hier und rede mit meiner Nachbarin. Und er weiß, dass meine Mom da ist und freut sich. Und trafst du das? Kein Spiel. Kein Spiel. Was ist das denn da? Kein Spiel. Der hat halt nicht auf, ne? Bis sie reinkommt. Ja, ist bei uns außer. Hi. 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 Hi, Oli's Mom. Hi, Oli's Mom, genau. Haben die den Bock weg gemacht? Wow. Wow. Der nächste ist nicht Oli's Mom. Weg da, Tobi, weg da. Keine Ahnung, wie deine Mutter mit Vornamen heißt. Heißt du echt nicht? Noch, ich hab's Ina. Ina. Ina? Christina? Oh, dann schaffen wir noch. Ja, jetzt hin, jetzt hin, jetzt hin, jetzt hin. Go. Einer ist noch, der Dicke, Pika. Ich arbeite wieder. Du weiter rechts durch jetzt, Tobi. Drei. Pull jetzt, pull jetzt. Oh, ist ja Tobi die Beste. Okay. Wolltest du sagen, Oli? Wolltest du sagen, Oli? Wolltest du jetzt nicht sterben, oder? Nein, weißt du, bis Oli durch ist. Jaja, jetzt mein ich dann danach, ja. Jaja. Nein, das wärs mal wieder alles schief, was schief gehen kann, doch ja. Ja. Wenn du die Texturen durchfallen wirst mir jetzt nicht die Schuld geben, oder? Nein, das war alles klar. Oh, Nele. Ja. Jetzt wollen wir so locker durchlaufen, klar. Ja, ich mein, das war auch locker. Lol, die Spinnen sind am Anfang. Jetzt sind sie weg, lol. Hä? Die Spinnen haben mich am Eingang gleich nochmal getötet. Die sind hergespawnt irgendwie und haben mich ihr Nachbar gekillt. Der weht ja. Ja, du Steff. Ja, aber ihr bist irgendwie hier? Ja, ich bin noch nicht bei euch. Ich bin gerade nochmal gekillt worden. Ich bin auf dem Weg. Ich renne es und auf dich. Meine Einschläge fertig ist auch. Boah, ich verstehe mich das gerade wegen der Tastatur. Kennt ihr das von eurer Tastatur nicht so... Wenn zum Beispiel das Mauspad unter der Tastatur liegt, oder? Ja. Ja. Und gerade hab ich nur so ein Behnertes Mauspad, was so groß ist. Das heißt, meine Tastatur liegt da immer drauf und dann klapp ich immer so. Ich auch, ich auch. Und weißt du Sarah, Mama? Sie macht immer meine Tastatur aufs Mauspad drauf. Ich hasse das. Ich hasse das so hart, Alter. Keine Ahnung. Glaub ich auch mal richtig pissig, wenn sie das macht. Dann schneid sie doch zurecht. Ja, ich hab das erst seit heute. Ich hab nur noch das Katakorrexistische Mauspad, wenn ihr habt. Moment, das ist Holzmetall. Nee, das ist ein Mauspad. Dann schiebt dich das über vom Gast. Nee, das ist ein Laser. Und Ding. Boah, okay, verdient. Ist okay. Naja. Wahrscheinlich auch, oder so. Aber Carst ist Tastatur dran sogar. Bei Carst ist Tastaturfreund. Hälfte der Knüpfe, glaube ich. Nein, Mann. Es fehlt nur Hashtag und B. Achso, und Feststelltaste. Echt? Ja. Boah, das will ich auch schrägern. Ich schreib nur mit Chift. Also mach ich mit Chift. Kaffst du nicht? Was? Ich hab mich selbst dran gewöhnt, dass ich mit Chift immer größer mach alles. Ja, normal, oder nicht? Ja, keine Ahnung. Ja, aber ich mach's immer mit Chift, weil... Keine Ahnung. Du bist mit Caps und Caps Look mit Dornos. Bei Linux gibt's keinen Feststelltaste. Dann musst du alles in eine Konsole mit Chift machen. Ich hab's nicht so für Scheiße. Oh. Oh. Jetzt wird's nicht so nix. Carstens Tastatur hatte vorher so'n Knopf, dass dann gleich runter fährt. Ja, hab ich auch gehabt, Alter. Weißt du eigentlich auch? Du meinst gar nicht, die auf der den scheiß Knopf gedrückt hat. Ich hab den zweimal gedrückt in PvP, ne? In Arena einmal sogar, ja? Und da hab ich den rausgerissen aus dem Tastatur. Vergarten hat man immer nur, oh nein. Soll ich die Windows-Tap-Mann tausten, oder wie? Nein. Eine sleep-richtige Sweep-Taste, wo der PC so voll in sleep geht. Oh, hart. Warum machen die sowas? Keine Ahnung, um Leidenschaft zu facken. Mir fällt auch kein Grund dazu ein. Soll ich den Polen kommen, bis zu dein Netz? Ja, lass die jetzt machen einfach. Haben wir eh genug Zeit, oder Oli? Was? Ja, genug Zeit, sieben Minuten. Aber wieso geht das so gut? Wieso geht das, obwohl Oli gestorben ist? Ich dachte, der, der anklickt darf nicht sterben gehen. Der darf nur nicht rausgehen. Ah, nur nicht rausgehen, okay. Ich dachte, der anklickt darf nicht sterben. Ich dachte, der anklickt darf nicht sterben. Nein. Ah, das kommt jetzt noch Fehlinformationen. So, Robert, oder? Ob schon, ja. Sind alle noch da? Oh, wie? Reffen bei der Pusse, oder? Drock. It's ready. Go. Ganz an die Wand hinten stehen. Oh. Alle ganz an die Wand. Und dann wollen wir meistens die Wands kürzen. Stellt euch an die Wand. Da kennt ihr mal, Carsten, früher noch. 45 Dioden. Wow. Kann das sein. Und die Wands. Ich weiß, ja. Na gut, gehen wir. Let's go, go, foodie pairs. Auf Lörsatz. Countermeasures deployed. Deterrence activated. Deterrence activated. Deterrence activated. Deterrence activated. Uah. Uli. Alles klar. Mach den, mach den. Das schick. Oh, gehen, 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 gehen. Geh in die Phase. Hero go, dps. Oh, oh. Spreche Nachricht. Ihr könnt in aller Phase? Frühe. Ja, ich weiß. Oh, so hier auch. Der hat der Cooldown jetzt, ah, das Cooldown. Ohhhh. Ganz so schnell einfach. Immer so weg hast du, auch Maus holt. Da hat er letztens gesagt, ja, jetzt muss ich mal drauf gucken, jetzt achte ich einfach drauf. Ja, es ist ganz schlecht, ganz egal, weil es ist so eingebrannt in dein Gehirn, das dann hier und drüber ist, weil es immer so ist und dann ist es einfach einmal schneller und dann ja. Dann denkst du halt auch nur, just grab your body pussy. Ja, genau, oder, woran hat denn die Läger? Ja, genau, oder, woran hat denn die Läger so? Ja, ich flieche schon beim Boss. Was ist das, 10%? Du trägst mir die Läger in der Boss, Boss, Boss. Du trägst mir die Läger in der Boss. Oh, ihr Kick, ne? Ja, ja. Ja, ja. Oh, wir müssen gleich die Maid machen, Alter. Ich hab vier Bosse keine Läger bekommen. Wow, das ist safe loot beim Maid. Das ist safe loot beim Maid, ganz ehrlich. Dann wird der Bollastrohr auf die Schuhe, gg. Oh, der Bollastrohr auf? Was ist nicht der Coold? Der Coold ist mehr als bis instant, keine Ahnung. 10% mehr Kick hier. Was war das, um 40% Kick hier? No, Olli. Wow, mal weg sein, ja. Wenn du 40% Kick hast, Olli, ja? Und du bist ein Kick hier um 10%, wie viel wäre das denn hier? Alles, um 2% sicher, oder? Zu schwer für Olli, die Rechnung. Doch, um alles. Oh, ich hab die Klocke halt auf, ne? Ich hab so ne Scheiße am Arsch beim Malonterspringen bekommen. Oh, der Steffert. Kaka hinten. Das ist Kaka. Oh, ich hatte die ganze Zeit... Oh, ich hatte die ganze Zeit... Ich hab's getrückt, das hat nicht funktioniert. Nicht alle Mopsi resetten, wenn du das Knäppchen drückst für Shadow Man. Schön wär's, ja. Ich hab das Knäppchen drückt. Oh, können wir dann gleich direkt pull? Oh, ich muss noch kurz fooden. Dann, weil ich kaum food hab ja auch kein's reden. Und, äh, erklärt mir mal, das hatte ich aus Tank Gang. Wie funktioniert das mit diesem Debuff da? Einer bekommt den Debuff, den musst du droppen lassen. Dann kannst du nicht das für den anderen Debuff. Ja, nein, nein, nein. Den dispelbaren Debuff lässt du einfach durchticken. Ist leichter. Okay. Und das Tage, was du droppen lassen musst, ist der einfach droppen. Und das kannst du dann... Du hast gar kein Schild. Oh, du siehst so fucking okay immer, ne? Ah, ich will! Oh, okay. Was? War ich da? Ja, mein Food hat mich getriggert. Ich muss noch mal fooden nachzuschauen. Oh, nein. Siehst du noch ganz rüber rechts, oder? Ja. Oh mein Gott, alle mal kommen. Ist der nicht mehr kommen, ob er nämlich Kitt hier? Ne. Schade. War früher, aber warte. Ich weiß. Ich bin ja in der Gefahr. Kriegst du nicht mehr kommen, ob er nämlich hier? Das war eine kleine Reine, ne? Und wie weit muss ich diese Person runter droppen lassen? So weit wie möglich. Muss der den killen, oder was? Ja. Der macht halt einen Tod drauf, so der 6 Minuten hält. Was für ein Rollplayer. Was für ein Rollplayer. Wir gehen hier runter, Mann. Geh mal, ne, oder? Ne, 30 Prozent. Ich freu ihn sein, ja. Drei. 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 Ein. So. Sonst nehm ich in der Boste, ne? Jo. Hat war nicht gut, Zeig. Ich bin gestanden, wo DT steht, Text oder? Was habt ihr seit... Steht drin? Ja. Wollen wir wieder heilen? Oh, ich kann nicht mehr Kick nehmen jetzt. Ich hab Kick, Kick. Oh, du hast noch einen Kick für den nächsten? Ja, hab ich. Wunderbärchen. Ist halt jetzt komisch, ne? Mach mal L.U.H. oder sowas. Wir kommen da nicht hin. Ja, das ist eh. Viel Erzphase. Haben wir net damage dabei jetzt. Steck, du musst dich drauflassen. Steck, du musst dich drauflassen. Ja. Verneben noch. Verneben noch. Wieder Ruble und alles. Zack, zack, zack. 100,6%er Ding. Und dich musst du jetzt flashen, Zack. Den Dieb auf Deiner Siege musst du flashen. Den grünen, das grünige Gesicht. Den grünen, das grünige Gesicht. Den grün live. Das heißt jetzt eto. So. Falsch bewegen. Ja, bleib hier. Ja, perfekt. Jetzt musst du Tobi flashen. Achso, ja. Nicht jetzt, Sarah. Ja. Ja, das hat's im großen Jungs. Pass auf, Steck. Komm mir gleich ein Feuerfeld zu. Ich bin schlecht. Ja, jetzt blech da unten. Ja, das ist da unten abbekommen. Konzentrieren jetzt. Jetzt noch killen. Ja, wo kommt jetzt, Boys? Ja, Achtung. Ich hab nen Weg zu dir. Du musst dir keine Augenbrauen machen. Ja. Komm halt nicht durch. Nicht vor allem, was pumst. Einfach weitermachen, weitermachen. Wollt ich da unten? Kick? Ja, ich hab noch. Ich hab noch Kic. Haben die da noch ran? Nein. Ich nicht. Pass auf. Nicht vor allem, nicht vor allem. Zieh was, ich hab nix mehr. Ja, ich hab baumler, ich hab baumler. Kic, 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 kic. Richtig. Der Olli. Gondt. Alter, das trinket Olli. Du mal Hurensohn. Ich brauch's mal schnell nachzunehmen. Jetzt haben wir's ja. Ich glaub das ist besser als ne Men. Ja. 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 Vielen Dank.